Moin Leute, ich bin Hannes Ozig, Schlagmann aus dem Deutschlandachter und ich bin heute hier im Ruderclub Favorit Harmonia in Hamburg. Ich zeuge euch heute zusammen mit ein paar weiteren Athleten aus dem Deutschen Ruderverband ein paar Videos über das Concept2 Ruderergometer. Bevor es mit dem Ergometer-Training losgehen kann, müssen ein paar Einstellungen getätigt werden. Die erste Einstellung hierbei ist die Luftklappenzufuhr. Hierbei geht es um den Widerstand beim Ergometerfahren. Ich empfehle den Einsteigern da eine Stufe zwischen 3 und 5, damit beim anfänglichen Training der Widerstand nicht zu hoch ist. Als zweites geht es um die Einstellung des Stemmbrettes, genannt Flexfoot. Mir ist wichtig bei der Einstellung des Stemmbrettes, wenn ihr die Höhe einstellt, immer zu beachten, dass der Fuß geschlossen auf der Oberfläche des Stemmbrettes ist. Umso höher man hier nämlich das Stemmbrett einstellt. Ich kann das euch mal zeigen, wenn man hier auf die 3 bei mir geht, dann würde ich vom Fuß vorne schon überdrücken. Mir ist wichtig, dass die Wade senkrecht zur Oberfläche ist. Wenn man nämlich hier hinaus geht, dann kommt man in eine Überstreckung, wo man nicht mehr satt auf dem Stemmbrett den Fuß hat und keinen Abdruck mehr richtig hinbekommt. Ich empfehle für alle diejenigen unter euch, die beim Ergometer fahren, die Knie zu sehr in die Vorlage bringen. Ich zeige euch das mal. Quasi den Kniewinkel über die Senkrechte der Ferse hinaus strecken. Empfehle ich, dass man das Stemmbrett einfach weiter nach oben stellt. Ich zeige euch das mal. Denn umso höher das Stemmbrett eingestellt ist, umso schwieriger ist es dann, die Knie überhaupt weiter nach vorne zu kriegen. Für mich wäre diese Einstellung allerdings ungeeignet, weil ich keinen Druck mehr so richtig auf das Stemmbrett bekomme, wie ihr jetzt sehen könnt. Deshalb fahre ich eher in einer mittleren Stufe. Als dritte Einstellung empfehle ich euch einfach, wenn ihr auf dem Rollsitz Platz genommen habt, euch einfach satt hinzusetzen, dass der Oberkörper einigermaßen erst mal gerade ist.